hallo ihr lieben herzlich willkommen bei sandras baguilin für mich beginnt jetzt die schönste zeit die blaubeerzeit natürlich habe ich auch heute wieder ein ganz tolles schnelles und leckes rezept parat wir bereiten noch einmal einen rührteig zu diesmal mit vanillejoghurt obendrauf kommen dann die blaubeeren und darauf kommt ein mix aus wandeln zucker und sahne ich hoffe dass ich euch neugierig gemacht habe und ihr dran bleibt doch zuvor abonniert noch schnell meinen kanal und läutet die glocke damit ihr keines der nächsten videos verpasst für den rührteig brauchen wir 130 gramm butter 100 gramm zucker ein päckchen vanillezucker drei eier 250 gramm mehl 10 gramm backpulver eine prise salz 200 gramm vanillejoghurt und natürlich etwa 250 gramm blaubeeren als erstes schlagen wir butter zucker vanillezucker und salz weiß cremig und dann geben wir die eier einzeln dazu als nächstes werden backpulver und mehl miteinander vermischt und in die schüssel gegeben zum schluss kommt noch der vanillejoghurt dazu der teig ist fertig und kann auch gleich in unsere 26 springform den boden habe ich schon mit einem backpapier ausgelegt und der rand wird nun eingefettet und mit mehl bestäubt nachdem wir den teig verteilt haben kommen die blaubeeren obendrauf der kuchen wird erst einmal 25 minuten gebacken und dann kommt die mandelschicht drauf die wir gleich zubereiten für die mandelschicht brauchen wir 100 gramm gehobelte mandeln 70 gramm zucker 60 gramm butter und zwei esslöffel sahne die butter wird jetzt geschmolzen und dann kommen die anderen zutaten dazu geht's Das war's für heute. Die Mandelmasse ist fertig und ich hole schon einmal den Kuchen raus. Da wir den Kuchen nicht komplett mit der Mandelmasse bedecken wollen, klecksen wir sie drauf. Der Kuchen kommt jetzt wieder zurück in den Ofen und wird so 15 bis 20 Minuten gebacken, bis er fertig ist. Der Kuchen ist fertig gebacken. Er stand insgesamt 45 Minuten im Ofen. Nun ist er abgekühlt und kann angeschnitten werden. So sieht der Kuchen von innen aus. Wir haben den lockeren Rührteig mit Vanillerot und Blaubeeren und obendrauf die knusprigen Mandeln. Wenn man nicht so genau hinguckt, könnte man denken, es ist ein Bienenstich mit Blaubeeren, aber ein echter Bienenstich wird ja mit Hefeteig gemacht. Wenn ihr meinen unechten Bienenstich oder Blaubeerkuchen mit Mandeln einmal nachmachen möchtet, findet ihr das Rezept unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt meinen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.